Hallo Leute! Wie ihr an meiner Stimme hören könnt, bin ich ziemlich gehandicapt. Ich habe fürchterliches Halsweh. Ich habe wirklich schon alle Medikamente durchprobiert, alle Hausmittel probiert und es hat leider nichts geholfen. Da ist mir eine glänzende Idee gekommen, nachdem ich meinen lieben ASMR-Freunden schon vor längerer Zeit versprochen habe, eine ganze Carolina Reaper zu verspeisen, werde ich das als allerletztes Mittel versuchen. Angeblich soll das ja helfen. Zu diesem Zwecke habe ich über den ganzen Sommer die süßen kleinen Kerle gezüchtet. Hier haben wir die kleinen Carolina Reapers. Oh, man kann ihre Schärfe schon richtig spüren. Oh, da ist ein kleiner Tropfen auf meinen Finger getropft. Ich spüle die Schärfe schon. Wow, 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 wow. Ich werde das aber jetzt vorsorglich nicht ablecken, weil ich werde ja nachher einen ganzen verspeisen. Welchen dieser drei soll ich denn mir zu Gemüte führen? Wir machen ein kleines Auszählspielchen. Ene, Mene, Mene, Mou und Draus bist du. Ene, Mene, Mou und Draus bist du. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als diese süße Kerlchen zu verspeisen. Wir wollen uns aber noch entsprechend vorbereiten. Am besten einen kleinen Schluck Cola aus dem Heineken Glas. Und dann gehen Sie in die Kantis. Allорот, geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Dann werden wir mal den Mund ausspülen, damit das Capsin so richtig in die Papillen der Zunge eindringen kann. Ich bin schon richtig gespannt darauf. Ich habe einen kleinen Geheimtipp von mir. Etwas Schokolade vor diesem Versuch kann nicht schaden. Die Schokolade bildet einen dünnen Zuckerfilm über die Zunge gelegt. Der meine Zunge vor Verletzungen des Capsins schützt. Aber ich sage euch eins. Vermutlich habe ich hier eine kleine Wunde am Finger. Dieser Tropfen, der zuvor aus diesem kleinen Kerl geronnen ist, hat ein fürchterliches Brennen verursacht. Aber letzten Endes mache ich das ja nicht zum Spaß. Ich verwende dies als alternatives, neuartiges Hausmittel, um meine Halsschmerzen loszuwerden. So, ich werde mir noch einen Schluck Cola vorbereiten für alle Fälle. Man weiß nie. Fast wie Meeresrausch. Doch halt, lasst uns zuvor noch schnell die Schärfe des kleinen Kerls messen. Ich habe hier eine spezielle, eine spezielle Scoville-App, mit der wir jetzt die Schärfe dieses kleinen Kerls messen werden. Den Sensor bringen wir hier an. Starten die App. Nun ja, etwas enttäuschend, nur 1,4695 Millionen Scoville. Ich dachte eher 2,5, aber 1,4 Millionen ist ja auch nicht unbedingt so wenig. Dann schreiten wir zur Tat. Wie wollen wir dieses kleine Kerlchen nennen? Feurig rot, ein roter Carolina Reaper. Nennen wir sie einfach Carolina. Sie heißt ja schließlich auch Carolina. Carolina Reaper. Carolina, sag auf Wiedersehen zu den lieben Zuschauern. Adieu und goodbye. ... ... ... Vielen Dank.